ok ich glaube ich habe das ganze system schon erkundet oder apo der braucht nur noch einen der braucht eigentlich nur noch einen mond der heißt red und dann suchen wir nach caspian wieder so ich erkunde hier sachen erkunden vorkommen an gold erkunden iridium antida erkunden beim scan von antida haben sie eine reihe funktionser gefechtszürme im orbit des planeten gefunden das aufgängsteam konnte er gefechtszürme bergen verbringt tali hat die waffen demontiert und dabei die siegenden das katern außenposten die wunden ok alma crux msf cornu sopia ex-solar-schiffingsansystem du das schiff der kopfmann klasse obwohl das raumschiff sich die fügungsnuss herumtreibt sendet kein nutzsignal aus ok das ist nicht das eine wo ich mich treffen soll mit irgendeinem tut ach komm wir nehmen wieder voll menschlich ja human strength strength in humanity hat jemand labyrinth gebaut Untertitelung des ZDF, 2020 Der eine halbe, drunter in der Horrendum durch die Gegend Okay Da sind wieder lauter von diesen Mischen Gav-Geräten Sie werden Teil der Maschinen-Mautrix Noch mehr davon The logs show this ship was exploring near the Perseus Vale Looks like they found some kind of alien artifact They brought it on board and then This makes no sense, Commander They plotted a course straight into the Perseus Vale Like they wanted the Geth to find them That artifact must have done something to them Why else would someone fly in to Geth's space? The entries don't make a lot of sense after that It's like the Captain's mind was falling apart It doesn't say anything about how they got back into our territory Ganz genau In absolut deiner Meinung Ashley Gucken, dass ich ihn anweseln kann Oh, okay Dann sagt er auch nur Codex Codex-Bodex hätte ich gesagt, ne? Codex-Botox oder so Okay, ich muss wieder niesen Wow 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 Okay. Oh, das ist noch ein Bär. Okay. Tag'n'em, tag'n'em. Okay, das war's auch. Vielleicht sind wir über so ein Reaper-Artefakt gestoßen, was sie dann absichtlich in den Gev-Space gebracht hat. Ja, ich möchte zur Normantie. Ja, ich möchte in die französische Normandie. Wenn die Normandie mich da hinfliegt. Wenn ich ein Spaceship hätte, dann würde ich das einfach Unicorn nennen. Das ist die SSS Unicorn. Hat Titan auch eine der Schriften der Materiachin Dilly Naga. Ich hätte echt viele Schriften verteilt. Unbekannt. Metallhaltiger Asteroid. Kunden. Schwermetallvorkommen entdeckt. Palladium. Okay. Klumartur. Aber ich... würde ich einfach Fly Away singen, ja. Das wäre dann sehr lustig eigentlich. Dann wäre dann natürlich so... I wanna fly away On a unicorn To a land of freedom and light. But I know I have to die To die in the ultimate fight. Ich muss mich mal gucken, wie viel ich eigentlich jetzt von den. Ach, reicht die Tonne. Nur noch zwei muss ich finden. Vielleicht finde ich die ja hier. I wanna fly away On a unicorn To a land of freedom and light. But I know I have to die To die in the ultimate fight. I wanna fly away On a unicorn Den restlichen Text weiß ich nicht mehr. Sonst würde ich jetzt einfach nochmal das wiederholen, was ich gerade eben gesungen habe. Obwohl ich es vorhin erst gehört habe. Florian, welcher Krüter. Florian, welcher Krüter. I'm on my way. Nice. Nice. Nice! Beggein, I'm taggein. Ach, es wird mir nur hier auf dem Radar angezeigt, okay. Es wird mir sonst erst angezeigt, anscheinend, wenn ich es gefunden habe. Es wird mir sonst erst angezeigt, anscheinend. Aber es ist Gold, das ist Schwermetall. Wow, jetzt bin ich wieder drüber. Ich glaube, ich bin 21 Schwermetall von 20. Wow. Oh, ich will just fly away. Okay. 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 Ich weiß nicht, woher immer diese Mikrolegs kommen, aber irgendwas stört irgendwas oder irgendwas zerlädt wieder. Alter, einfach Achtung, what the fuck, was ist denn da schon wieder im Hintergrund los? Also ohne Aufnahme habe ich hier 60 FPS. What? Ist hier eine schlechte Shader-Zone oder was? Mein System ist schon wieder auf nicht mal 50%. Also, GPU und Arbeitsspeise sind im Schritt bei 45. Das ist dann so aktuell immer der höchste Task. Ja, mehr, ja. Die GPU spiked halt ab und zu ein bisschen. Aber ist halt nicht schlimm. Autsch. Ich war wenigstens aufgekommen gerade. Ich gehe nochmal zurück zur Normandie und dann lande ich wieder da. Ich komme da nicht über diesen blöden Berg drüber. Nochmal das Ganze. Du siehst aber auch einen Planeten. Ich weiß es nicht. Sogar die Szene gerade. Auf. Ich arbeze. Dürfen. Ziff. Ja. 곳. Dürfen hier. Und dann wäre es dabei drin. Ich brauche dich aus? Okay, noch ein Stückchen weg Ja, what the fuck, also manchmal backte die Maus schon echt rum Okay Obwohl sie augenscheinlich schon seit Jahrhunderten hier liegt, wird der Computer immer noch mit Energie versorgt, indem sie eine Verbindung mit ihrem Kampfanzug hergestellt haben. Kennen sie die Daten und Informationen über die Trasse herkommt und die Sicherheit? Okay Junge, das triggert mich. Was ist das? Okay 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 Hier Habe ich wieder random draufgekommen. Habe ich wieder draufgekommen. Ja, das sieht nichts. Das triggert mich halt so hart. Manche von euch stürzen wahrscheinlich auch. Aber ihr wisst gar nicht, wie hart mich das triggert, wenn die Frames immer leicht einreichen. Ich weiß nicht, weshalb. Das liegt wahrscheinlich einfach an diesem Planeten. Oh ja. Noch mehr Dungeon. Also quasi Dungeon. Ich muss da rein, schieb wieder irgendwelche Typen um, dann komm ich wieder raus. Also, Shepard merkt das auch. Was ist das? Da kommt ein Tyrianische Creeper raus. Ist das schon noch nicht? Ich verkaufe den Tor. Ich hoffe, es ist wieder. Ich habe ihn nicht zu tun. 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 Okay, da ist natürlich kein Ding zu raufklettern, aber man kann ja auch gar nicht klettern, man kann nur sprinten, das vergesse ich ja eigentlich immer. In den meisten anderen Spielen kann man auch sprinten, aber ja, das funktioniert halt hier jetzt etwas schlecht. Oh. 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 für Tage. Wir sind fast aus der Food und Wasser. Du bist hier gerade in Zeit gekommen. Nicht so schnell. Erst du sagst mir, warum dieser Ort ist überrun mit Thorien-Kreepern. Wie du kennst dich über Thorien-Kreepern? Ich weiß, was Exogeni war. Ich habe gesehen, was sie den Thorien-Kreepern machen zu den Kolonisten. So habe ich ihn verletzt. Okay. Ja, geschieht dir ein Recht. Die Ordnung ist versklavig. Das wird passieren. Außerdem, wie hilft es jemanden, wenn ich in der Kirche bin? Normalerweise Exogeni-Kreepern hätte ich meine Brücke, aber es scheint, dass sie ihre Hände vollen, die Messer auf den Feros verletzt werden. Aber ich habe Geld. Ein schönes Fonds, die ich aufbauen habe. Es ist dein, wenn wir uns gehen. Das ist nicht über Geld. Es ist über Justiz. Blut für Blut. Aha. Das wird nicht passieren. Öffne Feuer! Öffne Feuer! Öffne Feuer! Was ist gegen die gut ausgebildeten Marysia-Allianz? Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Genau. Außer irgendwo hier wie Hälter öffnen. Was ist der richtige Weg? Neun Abtrünnigkeitspunkte. Für Shepard. Shepard vor Abtrünnigkeits. Oh. 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 Er ist fast auch voll abtrünnig. Das ist gut. Ah. Schmeckt nicht so nice. Dann gehen wir zurück zur Normandy, sonst starte ich jetzt mal mein Spiel neu. Also, ich weiß nicht. Diese Lacks müssen doch eigentlich echt unnatürlich sein. Muss auch gucken, was ich im Mittagrund an habe. Oh. 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 Oh.